Berlin, die Hauptstadt mit verlottetem Charme. Seit vier Jahren versucht sie, Modemetropole zu werden. Mit Shows, großen deutschen Marken und Designern, die noch nicht allen bekannt sind, aber in Berlin eine Plattform bekommen. Nicht leicht, wenn man mit Paris oder New York konkurrieren muss. Doch die Hauptstadt schafft den Spagat auch in der Modeszene. Was hat im Moment passiert? Es sind viele junge Designer, es sind viele neue, kleine Firmen. Dass es aus dem Herzen rauskommt und das man einfach macht, weil das ist das Ding, wo ich einfach machen will. Der deutsche Modemacher Markus Lupfer entwirft seine Kollektionen im Londoner East End. In der britischen Modemetropole gilt er als die große Hoffnung. Madonna, Gwen Stefani und Grace Jones kaufen bei ihm ein. Erstmals zieht es Lupfer mit seiner Kollektion auch nach Berlin. Miriam Scharf und Julia Kim stehen noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Im Rahmen eines Nachwuchswettbewerbes auf der Fashion Week zeigen die beiden Studentinnen heute ihre erste eigene Modenschau. Ihre große Chance vor einem internationalen Publikum. Das ist einfach eine gute Plattform, um sich vorzustellen und irgendwie auch seinen Namen ein bisschen bekannt zu machen. Bereits zum sechsten Mal in Folge bietet eine deutsche Biermarke jungen Top-Talenten aus Europa alle Voraussetzungen, um ihre Kollektionen in angemessenem, professionellen Ambiente zu präsentieren. Angefangen bei der Location und den Models, über Haare und Make-up bis hin zur richtigen Öffentlichkeitsarbeit. Eine hochkarätige Jury aus Designern und Modejournalisten hat die sieben Nachwuchsdesigner ausgewählt. Also ich bin echt fast rückwärts vom Stuhl gefallen, als sie mich angerufen haben. Das war total die Überraschung. Von der Anziehungskraft Berlins auf die Modeszene sind die beiden Jungdesigner fest überzeugt. Ich denke, Berlin ist eine Stadt, in der es so brutzelt. Also wenn man hier so durchläuft, das ist einfach so ein Flair. Ich denke, das gibt es in keiner anderen deutschen Stadt. In authentischer, angeranzter Berliner Off-Club-Atmosphäre präsentieren dann die sieben Designer so gar nicht subversive Mode. Düster, aber wohl geformt, zeigt Miriam Schaaf ihre Kollektion unter dem Titel Kein Wille triumphiert. Geschminkte Jungs, in Anlehnung an den Gothic-Stil der 80er, modisch frivol und mit goldenen Diademen geschmückt. Julia Kims Herrenkollektion setzt auf frische Farben und Bauarbeiter-Look. Die Juroren hatten bei ihrer Wahl ein glückliches Händchen. Mit sehr unterschiedlichen Kollektionen und teilweise viel nackter Haut wussten die Jungdesigner zu überzeugen. Unter den Zuschauern auch die französische Modeexpertin Jasmina Bemserat. Sie unterrichtet an der Internationalen Modeschule ESMOD. Wenn Designer wirklich auf sich aufmerksam machen wollen und können, ist an sich Berlin die gute Stadt, weil man beobachtet ja Berlin als eine Stadt, wo viel Kulturelles passiert. Also man ist sehr gemischt und die Mieten sind für die Designer nicht teuer. Das heißt, die können sich das alles leisten, wo es in anderen großen Städten, in Paris zum Beispiel, was Unmögliches ist. Kilian Kerner ist einer der deutschen Shootingstars. Zum zweiten Mal in Folge präsentiert er seine Kreationen auf der Fashion Week. Von Normalität kann für den 29-jährigen Autodidakten jedoch noch keine Rede sein. Wenig Schlaf und Aufregung pur. Es war heute Morgen, als ich aufgestanden bin, ganz schlimm. Auf dem Weg hierhin war es ganz schlimm. Als ich die ersten Minuten hier war, war es ganz schlimm. Jetzt gerade geht es eigentlich, weil es läuft eigentlich, glaube ich, alles nach Plan. Und ja, es wird gleich wieder losgehen. Mit dem Auftritt der Band Splinter X, entspannten Looks zwischen Eleganz und Streetwear, gelingt es Kilian Kerner, eine ganz besondere Fußnote zum Ausklang der Fashion Week zu setzen. Und zeigt, die modische Entwicklung Berlins ist in vollem Gang. Und jetzt geht's mit dem Auftritt der Band. 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 Vielen Dank.